so willkommen zurück ja ich habe seit gestern abend die neue grafikkarte drin das ist der t57 heavy und dann hier unten zum beispiel diese diese spiegelung und alles so dass das sich hier zum ersten mal wie gesagt und wir starten einfach mal gucken auf welchen maps wir rauskommen ich konvertiere gerade pass auf nur damit ich es erklärt habe also mein pc konvertiert gerade ein video für meinen sportkanal dann bin ich am zocken und dann bin ich noch gleichzeitig am aufnehmen und gleichzeitig auch im ts falls ein spieler von uns reinkommt ich habe jetzt sagen wir mal 45 verschiedene programme am laufen und ich will gucken ob es ruckler gibt oder nicht oder irgendwie fähren und so also wundert euch nicht das konvertieren von videos verbraucht der ram speicher und prozessor speicher prozessor leistung jetzt will ich einfach mal gucken wie weit wohn ja ja wohnend Oh Ich habe wohl ein, zweimal getroffen Oh cool, ich bin der Einzige hier Wunderbar Ist der andere jetzt versunken oder? Nee, der wurde abgeknallt, alles klar Toll Supergeil Darf ich hier alleine Die Seite gemacht oder was? Echt super toll So, ich verstecke mich mal ein bisschen hier Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Ja, ja, Report T57 Heavy sich für Cheaten, alles klar Ja Ihr pusht euch da zu Tode und ihr wollt den dafür reporten Ja 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 Oh Gott Ich bin gerade in game, deswegen Oh Gott, jetzt gehe ich in Reload, ausgerechnet jetzt gehe ich in Reload oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab den gar nicht kommen sehen bin in den Reload gegangen komm, spiel ist nie gelaufen Wirkungstreffer sind erledigt. Raus hier! Ja, Bot-Team des Jahrtausends wieder. Ja, klar. So, ich lade dich mal einen Zug ein. Ich muss annehmen, ne? So. Nehmen wir mal T95, nehmen wir mal 2x T95. 90. Das war's. 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 Das war's.